so hohen und willkommen zu einem eher in dem Video was relativ spontan entstanden ist und wir haben ja ein Gast ja ich glaube er war das ist ein letztes Rennen der Gehen Opponenten der Wälderweser besser als wir in die Gemeinschaft Post auf meine Videoantwort schafft er eh nicht so ein Wichtigste haben natürlich schafft er es nicht ich bin nämlich so ein richtiger Oberproder drin ich zeigte euch Prozent Krupp und ich komme auch mal aber wie soll es schon erster Richtigkeit die Euro gut ab dass die Herkunft er hat uns alle ja so viel muss man nicht mehr das ist etwas Helo Halo Ist doch einfach als ich dachte Bis jetzt Was ist das denn? Weiß ich nicht Ja Vielleicht die of the Taintackle oder so Ich weiß es nicht genau Äh... Punch-Out Punch-Out Streak-Falter Punch-Out Huh? Ja, mit Strich Achso, ah, toll Man muss ja nichts genau sein Mit dem Gay-Anzug Ja, Mario Oh, ganz schwer Das hab ich auch noch nie gespielt Ne, ich auch nicht, ey Und scheiß Äh... Incredibles Äh... Incredibles Scheiß, ich hab keine Ahnung Egal Scheiß auch Egal Ja, wir können kein Englisch wüsste, ja Ja, Mario-Fanacht an das Äh... Zelda Einfach Zelda hinschreiben, ja Ja Zelda reicht bei jedem Zelda, glaub ich sogar Es war davor Das wusste ich so was Irgendwie War mir nur nicht sicher Ja, mit Krieg-Term-Events ist immer davor Äh... Limbo Ne, ich glaub nicht Da hat's nichts mit Feuer zu tun Ist glaub ich nur alles Schwarz in den Spielen Ja, gut, stimmt Mass-Fact Wie schreibt man das? SS Ja Perfekt Oh Gott Voll gut ich bin, ey Ja Auch großer Mass-Fact-Fan bin ich übrigens auch Punch-Out Ja, Punch-Out Doch besser als ich dachte Äh... Das ist doch eigentlich schon ziemlich gut, muss ich sagen Hätte ich nicht gedacht Äh... Mario-RPG Mario-RPG Wir auf Grown-Spieler kommen nur dran Ja, das wär cool, Kirby Kirby Aber ich glaub das gibt's ja gar nicht Hatte ich nur nie Irgend'n PC-Spiel, was ziemlich alt ist Äh... 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 Zelda... Erste... Schönes Spiel Genau Äh... Pfff... Keine Ahnung Glaub ich ihn mal irgendwo gesehen, aber keine Ahnung Äh... Äh... SimCity oder was? SimCity, ja SimCity Echt? Ja! Verdammt! Egal 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 Ey, den wusste ich immer, aber hab ich vergessen Keine Ahnung Doch, ich weiß! Metal Gear Solid 4 Oh Gott! Metal Gear Solid... Oh krass Oh wie gut ich bin, das ist übrigens Raiden Äh... Prince of Persia Mein Gott will aber wohl Äh... 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 Wie Sport Ja... Das... Oh... Genau... Können wir jetzt denkst, sei auch auch... Das könnte jeder Spieler sein... Ich würde ich dieses Spiel sein... Endlich jedes Spiel sein mit dem Vertreteresnach... Endlich mal... Endlich mal... Enteilt Posting... Ich werde das trotzdem... Das ist aber auch nicht... Ja... Die Grafik ist so... Ja... Die Grafik ist so... Ja... Oh... Das ist irgendwie lustig für ein Dinosaurier-Spiel Mario 2 Mario Bros. 2 Bros. 2 Nicht Okay, egal, weiter, weiter, skipp, skipp, ist egal Ne, was ist denn für ein Spiel? Ich will ja... David Bent Nein, mehr auf Nein, nein, nein Genau Okay, wir haben So Inlektärs Wow Wow Wieder genommen wird, nee, darf ich nicht sagen Death of the Tentacle Was? Day of the Tentacle Day of the Tentacle Was? Hätte ich sowieso nicht richtig geschrien Na gut Machen wir noch eine Runde? Nein Sag nochmal was Scheiß, ich höre ihn nicht Fuck Oh Na da Hey 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 Okay, jetzt höre ich dich wieder nochmal Hallo Ja gut, jetzt geht's wieder Ich muss mal da so, hallo Na gut, geht wieder Gut, dann, äh, noch eine Runde Und schlafen wir das auch nicht rausschneiden Ne, äh, Dragon Und sehr Ja Oh, krass Ich weiß, hab ich nicht kenn' ich kann nicht Neulich in Kirby spielen? Ne, Kirby 1, genau Ne, Kirby 1, heißt du nicht Kirby 1, oder? Das Kirby Mario Mario Bros Was ist ein Evil 4? Ich hab' ja nicht gespielt, weiß ich das Ah, übrigens, why are you bion? Ja genau Ich glaub' ich kenn' den von The True Black here Die hat ja immer so drauf Die Abloh Ich kenn' den Kinderbild mehr und halb weniger von ihm, sondern einfach nur noch Bordel. Ja, auch einfach. Kindergänger. Da sollte man jeweils keinen. Los, Los, Los. Kinder spielt zwar nicht immer. So. Samt Schreben. Oh. Keine Ahnung. Ich aber schönes Bild. Ja, genau. Oh, nur. Phoenix Wright. Phoenix Wright. So? Nein, mit W. WR. Right. Achso, ja, genau. Der Mario-Fan hat gesagt, der Hitzer Phoenix oder irgendwie so. Ja, weiß ich nicht. Phoenix Wright möchte ich gerne auch letztendlich gesehen haben von dir am besten mit mir zusammen. Wahrscheinlich irgendwann, ja. Wenn ihr das auch wollen, Leute, dann schreibt das bitte. Danke. Wenn es keiner schreibt, bin ich unzufrieden. Team Fortress. Team Fortress 2. Team Fortress 1. Ach, schon er in der Moment. Na. Ich habe nicht. Mario. 14. Der Mund ist so cool. Ja, ja, ich komme. Leckt. Ya, ja, ich komme. Ja, ich habe nicht recht. Geht aus. Ich habe auch schlecht als Feuer. Double Dragon. Oh! Glück. Hät er das andere Bühne sein können. Ne. No. ... ein hat kommen wir sind nun sieben Gornal ja wo ganz vor bestellen ist die Kräfte des Econes schaffstichtes GD auch wenn es man noch zufrieden aber ich habe keine Kassel das ist ich bin doch ich habe das mit dem was ich war das wird auch noch mal stehen 2 er ist ein Schädel gehabt er stimmt wohl es ist sieben der Falle sie sehen Stimmt, stimmt, verdammt, okay, 11, 11, 11, 11, ey, komm, das weißt du, ey, das ist auf jeden Fall verfeldes, welcher weiß ich nicht, kann weiß ich auch nicht, ne, ich kenne das Spiel, aber der war ein Fan, das ist, glaube ich, mir sicher, ich kenne die Grafik, das ist irgendwie ein Fußballsperson, das muss ich, glaube ich, aber die Grafik davon, die kommt mir in Kant vor, ja, genau, Persona, keine Ahnung, kann man sein, okay, einfach so, es wusste ich jetzt auch nicht, aber, Red, 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 Red Ja, nicht Wichtig, das war der Rest, in Clank, verarsche mich nicht Wartig, guck mal bei Google Wartig auf die Ego und wenn ich Rechte kenne, verarsche mich nicht Kling Nehme Rekto Tee, was passiert? Ah, Opfer Komm, ein Rund, Rund, Rekko Wir haben das ja genau so dass er als 15 minuten so geht das war so zusammen durch die Sonnabend Röhr ist es ist die Wichtigkeit was ein Ziel sein warum Nordrösch bei einem Bein das ist er das ist er etwa doch muss nicht so aber man sollte es schon richtig schreiben Mist ist, Mist ist, wie wird Mist ist, Mist geschrieben verdammt so noch mehr Rechtschreibung, der gilt nicht in einem Satz, oder? Nein, das ist ja nicht mein Satz Mist ist es peck, ey ist ja einfach ja, mach nicht schon als ich einfach und so schwer Donki-Klong Donki-Klong Ich bin Donkey Kong Mario Bros. hey, komm, ey Nun Tennispieler, was ich hier immer noch mal wieder sehen Ende Morgel Kommen Morgel Kohn mit Dumb-Dumb-Dumb-Dumb-Dumb-Dumb-Dumb-Dumb-Dumb-Dumb-Dumb-Dumb-Dumb-Dumb so kalibau so und so und Kali Wu was war ich der Zwerber mit Kappel auf soll ich das schon okay so es ist zwei glaube ich herr auch ein VVP die Kuh und da wie viele Vos Torhüter aber auch Prozent Prozent der Seller wurde an der Funde zuerst mal dann noch sie ist Kuss Koks das Verspielte wenn die es soll ist und zumindest auf dem Schraub es wird 3 Prozent Prozent aber nie durch die Schicht und es hat er sein in den Berkscheidungen also im Gesicht wo er macht immer was sagt was nicht obwohl es nicht verliebt in der Verkaufsdruck um um aber ein paar Mal er kommt er wird immer noch kommt das Wort die ließt die Masse ich nicht wieder die Laufsitzung gut jährlich forschen du warst fest hoch er darf auch Siki Torst der Rüst hat eine Geschichtige sie haben Westland Kohl trock und Torbauer aus dem Köln Spurs und Traum und so ist dann Scheißen Prokontrolle das ist auch immer so ich habe einen Super Nintendo, oder? da kommt drauf 11 Letters das ist 11 Buchstaben? fahrscht mich damit Egal, füs's ich nicht mehr als der Dickens Micromachines oder so da wird es ja leichter, so aber auch mit, oder? Sollen wir einfachen? Na komm So Leute, ihr könnt mir ja irgendwelche Videoantworten schicken, wo ihr dann oder auch nicht ja genau das ist natürlich auch gut damit die Ausflug bis zum nächsten Mal und dass er sich nur jetzt ist noch einmal ein Führungsgerade gesagt aber davor was habe ich noch mal vor der Aufnahme gesagt von wegen Röhrer ich weiß nicht mehr genau falls ihr mich mögt wird er und bitte